Herzlich willkommen bei uns am Gernhof. Wir sind ein Bio-Bauernhof und wir vermieten bereits in zweiter Generation. Das Vermieten, da ist die ganze Familie mit eingebunden. Der Gast ist bei uns ein Teil sozusagen vom Hof. Er ist aktiv dabei, bei der Stallarbeit, beim Kuhmelk, nochmal frisches Glas Milch trinken, Frühstückseis selber vom Nest holen. Das sind Erlebnisse, was die Leute heute suchen, was wir bei uns bei den Privatvermietern sozusagen noch kriegen und finden.